Rechte Achtsamkeit Bei diesem Schritt auf dem achtfachen Pfad geht es darum, in jedem Moment ganz in unserem Leben anwesend zu sein, statt uns in Zukunftsszenarien oder Erinnerungen an die Vergangenheit zu verlieren. Wirklich Moment für Moment achtsam zu sein, ist eine hohe Kunst. Versuchen Sie einmal nur einen Augenblick auf die Geräusche, die an Ihr Ohr dringen, zu achten. Sie werden sehr wahrscheinlich schnell merken, dass Sie anfangen, die Geräusche mit Namen zu versehen und in Bewertungskategorien wie angenehm oder nervig einzuteilen. Dann wird Ihnen plötzlich klar, dass Sie abgeschweift sind und sich schon längst darüber Gedanken machen, warum es heute weniger Spatzen gibt als früher, als Sie noch ein Kind waren. Einfach nur wahrzunehmen und präsent zu bleiben, ist für die meisten von uns eher ungewöhnlich. Heutzutage sind wir daran gewöhnt, alle möglichen Tätigkeiten gleichzeitig und nebenbei zu erledigen und unliebsame Reize durch iPod-Stöpsel, aus denen Musik in unsere Ohren fließt, weg zu zaubern. Während wir rasch noch den Einkauf erledigen, für den wir die Liste bereits im letzten Meeting geschrieben haben, planen wir schon die Besprechung für morgen. Wir sind mit unserer Aufmerksamkeit selten dort, wo wir just in diesem Moment tatsächlich sein sollten, im gegenwärtigen Augenblick. Ihr Körper ist ein hochkompliziertes und sehr wertvolles Werkzeug, das Sie durchs ganze Leben trägt. Wenn nur ein Vorgang in ihm aus dem Gleichgewicht kommt, verändert sich auch Ihre Fähigkeit, in der Welt zu wirken. Es braucht sich nur eine Kleinigkeit in Ihrem Vitamin- und Wasserhaushalt zu verändern und schon können Sie sich nicht mehr so gut konzentrieren. Ihnen wird schwindelig, Sie werden unleidlich, verstehen manches falsch und streiten dadurch mehr. Wenn wir uns ständig Stress aussetzen, Genussmittel zu uns nehmen und viel zu wenig auf die Bedürfnisse unseres Körpers achten, werden wir auf Dauer krank und das belastet uns und andere um uns herum. Mit diesen Übungen werden Sie sich und Ihre Reaktion mit der Zeit immer besser verstehen und entsprechend gegensteuern können. Wir können den Pfad des Buddha auch als einen energetischen verstehen. Wir wissen, dass Achtsamkeit eine Energie ist, die wir durch unsere Praxis erzeugen. Es ist die grundlegende Praxis. Achtsamkeit ist die Energie, die uns hilft, hier zu sein, gegründet im gegenwärtigen Moment. Durch Achtsamkeit bringen wir den Geist zum Körper zurück, sodass wir wirklich präsent, wahrhaft lebendig und imstande sind, die Wunder des Lebens, die uns jetzt in diesem Augenblick zur Verfügung stehen, zu berühren. Dank der Achtsamkeit sind wir gewahr, was in uns geschieht, sind wir unseres Glücks und unseres Leids gewahr. Die Achtsamkeit hilft uns, mit unserem Glück und unserem Leid umzugehen, wie auch mit dem Leid in der Welt, und sie befähigt uns, für das Glück in der Welt zu wirken. Mit der Energie der Achtsamkeit geht die Energie der Konzentration einher. Sind Sie achtsam für etwas, sind Sie in gewisser Weise bereits darauf konzentriert. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf etwas, dann sind Sie ganz natürlich auf das Objekt des Geistes konzentriert, wenn Sie Ihre Achtsamkeit lebendig halten können. Je konzentrierter Sie sind, desto achtsamer werden Sie. Diese beiden Energien unterstützen einander. Sind Achtsamkeit und Konzentration kraftvoll genug, entwickelt sich Einsicht. Einsicht ist Erleuchtung, ist Verstehen. Wir müssen nicht eine bestimmte Anzahl von Jahren praktizieren, um über Einsicht zu verfügen. Einsicht sollte zu unserem Tagesgeschäft werden. Wann immer Achtsamkeit gegenwärtig ist, ist auch ein gewisses Maß an Einsicht da. Atmen Sie auf achtsame Weise, geht das bereits mit Einsicht einher, denn nicht jeder ist sich des eigenen Atmens bewusst, wenngleich wir alle atmen. Ihnen ist bewusst, dass Sie einatmen. Atmen Sie achtsam ein, realisieren Sie, dass Sie lebendig sind. Denn wären Sie es nicht, könnten Sie nicht atmen. Das bewusste Einatmen schenkt Ihnen also die Einsicht, lebendig zu sein. Und lebendig zu sein ist ein Wunder, das größte aller Wunder. Erfreuen Sie sich am Leben. Atmen Sie so ein, dass Ihr Einatmen zu einer Feier wird. Sie feiern mit dem Einatmen Ihre Lebendigkeit. Verfügen wir über Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht, wissen wir, was wir tun und was wir lassen, was wir sagen und was wir nicht sagen, was wir denken und was wir nicht denken sollten. Diese drei Energien, die Sie durch Ihre Praxis erzeugen, sind die Grundlage jeder Ethik. Wir können nicht über Moral, Ethik oder Verhaltensregeln sprechen, ohne gleichzeitig über Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht zu reden. Dank Ihrer Energie sind Sie imstande, einen Weg zu finden, einen Weg zu bahnen, einen Weg zu mehr Menschlichkeit, einen Weg, der zufrieden und Glück führen wird, einen Pfad der Transformation und Heilung. Es ist so wichtig, dass wir über globale Ethik stets in einer lebenspraktischen Weise nachdenken. Unsere grundlegende Praxis besteht darin, die Energie der Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht zu schaffen. Das erweckt Mitgefühl, Liebe, Harmonie und Frieden. Wenn wir vor allem über die Dinge nachdenken, die uns Sorgen bereiten oder ängstigen oder wir voller Sorgen an die Zukunft denken, haben wir keinen Raum für rechte Achtsamkeit. Weil jede unserer gelebten Erfahrungen in unserem Speicherbewusstsein aufbewahrt wird, ist es eine natürliche Tendenz in uns, unsere Achtsamkeit auf die Vergangenheit zu richten. In unserem alltäglichen Leben fallen wir immer wieder gern in die Vergangenheit zurück. Das kleine Kind in uns hat sich an dieses Umfeld gewöhnt. Es möchte nicht mit uns in den gegenwärtigen Moment kommen. Auf unser inneres Kind zu hören, das uns immer wieder in die Vergangenheit zurückruft, ist uns zur lieben Gewohnheit geworden. Wir finden es oft angenehmer, in der Vergangenheit zu weilen, auch wenn wir wissen, dass unser Leben hier und jetzt stattfindet. Wir sind längst nicht mehr so schwach und verletzlich, wie wir es als Kinder waren. Wir sind sehr wohl imstande, sicher, im gegenwärtigen Moment zu leben. Sie können aber jederzeit in den gegenwärtigen Augenblick heimkehren. Ihre Gewohnheit mag es sein, gern in der Vergangenheit zu weilen und sie als zu Hause anzusehen. Und es zieht sie immer nach Hause zurück. Sie fühlen sich dort behaglich. Es ist bequem dort, doch gleichzeitig leiden sie darunter. Es gibt den Spruch, daheim ist es am schönsten. Doch die Vergangenheit ist nicht ihr wahres Zuhause. Ihr wahres Zuhause ist im Hier und Jetzt. Nur im Hier und Jetzt können sie dem wirklichen Leben begegnen.